hallo und willkommen zum video in diesem video zeige ich euch wie ihr das hier zu das hier machen könnt das ist halt eine einbahnstraße mit so einem wendekreis und ja das ist halt in so einer 08 15 hier so ein kreisverkehr einfach aber ich zeige euch wie ihr ganz einfach so was ihr machen könnt das geht ganz einfach ihr müsst einfach eine mittlere straße nehmen ich würde die industrie straße nehmen die ich finde die am schönsten die hat zwar nicht jeder aber ja nimmt da halt ein kleines stück macht das baut das dann hier so hin ein ganz kleines stück so klein wie es nur geht ihr könnt auch die hier nehmen falls ihr die industrie straße nicht habt ist gar kein thema da müsst ihr halt irgendeine andere straße nehmen also es darf nicht eine industrie straße sein es muss eine andere als die industrie straße sein oder die die ihr halt eingebaut habt und dann platziert ihr das so hin hatte diese strecke hier noch und das verbessert ihr einfach zu einer kleinen straße ganz einfach und ihr habt es dann geschafft hier ist eine einbahnstraße mit einem wendekreis ihr könnt die wenden und davon gibt es halt noch eine zweite methode die hat aber auch jeder zur verfügung nimmt eine große straße mit bäumen macht er wieder so ein kleines stück und irgendeine andere nicht mit den bäumen das geht auch mit einer anderen richtung und platziert das dann noch mal hier so hin und macht das gleiche spiel einmal upgraden und schon habt ihr halt so ein wendekreis ich finde den hier persönlich schöner obwohl diese laternen hier in den bäumen rein wagen und alles so komisch ausschaut ich finde es trotzdem schöner als das hier könnte man die kommentaren schreiben was ihr selber schöner findet das war's mit der tipps und tricks folge wenn euch die tipps und tricks folge gefallen hat dann lass doch gerne einen like da ich sage tschüss und bis zum nächsten video bis zum nächsten video